Hey, wo sind sie denn? Achso, da am Fenster. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hey du, bist du Feind? Nein. Jesus Christ. Ah, das ist ein Amper. Okay. Au, sorry, Kumpel. Soak, die Javelin ist in der Scheune. Los, los! Ähm... Blöck... ja ok vergammelte kuh hat jemand Lust auf Fragbraten auf Rindersteak sowas könnte ich im Minecraft nachbauen bei meiner Let's Show-Welt hallo du da ja das kennen wir ja noch Moment, mein Maus, mein Mauspad, mein Mauspad war ein bisschen verrutscht so, wir brauchen erstmal bis wir gehielt sind Warte, hell Schaupanzer und boom sowas, 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 boom ja, 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 machen wir wieder Silvester ich gehe mal weiter zurück, das fragt, wie schlimm man die Scheune ab na doch nicht oder ist es nur noch ein Tank der ist hier ah ok 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 ok, der letzte ist down yeah Gut, dann kämpfen wir uns weiter. Ah, was haben wir denn da? Claymore! Yeah! Okay, brauchen wir jetzt mal die da vorne. Egal, ich kann nochmal schießen. Die Landezone ist zu heiß. Ah, doch nicht, das geht dann bei Fahrzeugen. Ciao, ciao! Tja, du würdest lieben. Wir müssen zur neuen Landezone am roten Süden flanken. Was hat denn der da? Einen Raketenwerfer hab ich gesehen. Oh. Okay, dann kämpfen wir uns zurück. Aber wir haben drei Minuten Zeit. Oh. Scheiße. Lass mich nachladen, Leute Kein Respekt Ach, das ist Kriegsfreundschaft So, klären wir mal da rüber What the hell Hey, Duda Wo hast du den denn her? Hat dir deine Mama gemacht, was? Ah Tschüss Yeah, die Waffe taugt Hey, ich bin Sharknarrisch Man kann mich nichts aufhalten Ciao, ciao Hey, du Achso Oh Mann So, tschüss Hey, wo geht's denn herz lang? Hier geht's lang Tschüss Man schießt mit nem Raketenwerfen nicht in die Luft Boah Okay Dann helfen wir unseren Kollegen mal In dem Messe Nein, nicht so, sondern So Umbedehen wir mal diesen Bereich hier Oh, ich hätte lieber den da oben markieren sollen Naja, ich hab noch gesagt, es wären Feinde Schnell rein Können wir die Luft an die Tankstelle? Geht das? Hm, so vielleicht nicht Das mache ich für den Abheben, dann schmeißen wir eine Granate Okay Moment Auf den richtigen Zeitpunkt warten Jetzt Ciao, ciao Äh Eigentlich müsste die Tankhäuser in die Luft gehen Sagen die physikalischen Gesetze Wie war es denn? Das war's für heute. Das ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kumpel. Imran Sakhaev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz hoher. Ganz der Papa. Sakhaevs Sohn. Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamarov weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakhaev finden. Die Sünden unserer Väter. Tja, ist das nicht scheiße? Die Sünden unserer Väter, Tag 5, Südrussland. Hey. Das könnte klappen. Vulture 1, 6. Hier sind die Position. Bravo 6, Vulture 1, 6 hier. Störsender aktiv. Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. Pletten wir mal über. So, plättern Sie auf den Müllcontainer und machen Sie sich bereit, die Wachen im Turm auf ein Zeichen auszuschalten. Wenn du mir sagst, welche, dann ja. Ich muss da hoch, oder was? So, erledigen Sie sie jetzt. Wo denn? Da. Sichern Sie den Turm, jetzt. Los, los, los. Feuer! Okay. So, nachladen. Während ich unser Feuer bin, genau. Hey, hey, du. Wo ist mein Döner? Was ist das? Ein EMG. Ciao, ciao. Äh. Hallo? Kannst du kein Deutsch? Ich sag dir ciao, ciao. Nein, sie ist besser. Schnauze. Okay. Alles klar, ziehen wir uns mal um. Zieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer. Kamarov, ich brauche Ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakajews Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Zwei Stunden später. Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Hallo, Genossen. Bravo 6, hier Watcher 1, 6. Verfolgen einen feindlichen Konvoi, der auf euch zukommt. Ich zähle sechs Fahrzeuge. Over. Verstanden. Niemand schießt, bevor ich den Befehl anzugebe. Mein Panzer. Ich habe das Ziel im dritten Bahnhof-Visier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden, alle Jeeps bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem DMP. Ja, schönen Leck. Danke. Wir müssen ihn lieben kriegen, also Vorsicht, ein Feuer. Verhalten. Verhalten. Aushäuchern. Äh, wo, wo, was? Da unten nehme ich an. Ach, Menno, zwei Schüsse und gleich nachladen. Wir haben die Wettbewerb, Sir. Keinliche Verstärkung im Süden. Er nimmt sie zu und ist der Fall. Oh, ja. 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 Boah. Scheiße. Boah, das hat weh. Boah. Boah, da ist er. Den müssen wir, den müssen wir uns schnappen. Boah. Ich muss ihn aufhalten! Nein! Egal, ich hab ihn sogar erwischt. Wie cool. Oh tschüss! Ah, ich darf den nicht töten. Der Typ ist scheissschnell. Er darf nicht entkommen. Vorsicht in diesem Gebiet. Wir werden es vorfeindlichen verwenden. Over. Ich mach mal kurz Schluss. Okay, bin ich wieder. Ich musste essen. Oder? Damit geh ich richtig anfangen? Oh. Ich wette nicht. Ciao. Ciao. Vorsicht, Feuer. Wir brauchen den Kerl lebend. Ja, ja, ich weiß. Waaah. Genau, das ist der richtige Weg. Die Gassen muss ich da entlang. Zahlreiche Feinde auf der anderen Seite, die sind für uns. Okay. Ach, ne. Ich frag mich echt, wo sie immer die Hunde herkriegen. Nicht wahr? Hey, könntest du mir sagen, wo ihr immer die Hunde herkriegt? investigating sieht hier. Wie ist es, wenn man sich nicht mehr empfunden hat? Wie ist es? Wenn man sichאר hat? Wie ist es denn? Wie ist es denn? Wir müssen die Hunde herkriegen. Wie ist es denn? Wie ist es denn? Ah! Scheiße! Scheiße! Wow! Wow! Ah! Wo kommst denn du her? Ach, Menno! Wie soll ich da mit nem Sniper? Wah! Ja!